Welch heroischer Blick. Du strahlst gerade Motivation aus in deinem Rahmen, ne? Kannst du mich mal vorher fragen, briefen? Ich bin jetzt, und ich habe für die Kamera das Gesicht gehalten. Du hast doch schon Kaffee getrunken. Wir sind nie vorbereitet. Fuck, der war heiß. Das ist natürlich bei dem Kaffee eine ganz besondere Note, wenn der warm ist. Hallo. Ja, aber wir passen da ja nicht zu zweit hin, deswegen der schönere von uns zwei. Hier geht es in etwa drei Meter runter im Graben. Ich habe Angst, dass ich da in der Slowakei rauskomme, wenn ich da rein springe. Das muss man sich mal überlegen. Der Dachdeckermeister hat Angst vor dem drei Meter hohen Graben. Ja, korrekt. Lest mal vor, bei welchem Stand sind wir denn? Lest einfach mal ab. Ja, genau. Auf dem Stand gibt es alles, ne? Von 25 Meter, 100 Meter, 300, 600 Meter. 50 Meter, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Aber es ist ein bisschen wie Philipsburg, nur noch länger. Und ohne Dach. Aber es ist alles da, ja. Polnischer Zoll trainiert da und so weiter. Bevor der Mattelmann in den Graben abstürzt, fahren wir mal weiter. Genau. Oh, sieht Motivation aus. Leidenschaft. Guck mal, wo ich da reinlaufen muss, Mann. Grüne Wiese. Motivation. Pur. Leidenschaft. Das steht, dass wir ja vorgelesen, wo wir jetzt sind. Ja. Momentan ist noch die Ruhe vor dem Sturm, ne? Könnte man das bei dir sein, lieber? Ruhe vor dem Sturm. Ja. Wie kann ich wissen, wie du mal stürmst? Das will keiner wissen. Besser nicht, ja. Das wissen auch nur die engsten Freunde von mir. Aber wir sind jetzt hier auf dem 600-Meter-Stand. Man sieht nichts wahrscheinlich im Handy, wenn man sich das anschippt. Man glaubt, man kann die Nummern perfekt nicht so sehen. Aber man sieht vorne, da liegt so diese Abgrenzung mit 300 los drin. Das ist schon beeindruckt, irgendwie. Ja. Also, das wollten wir jetzt einfach mal zeigen, bevor der Betrieb losgeht. Also, du hast hier einen komplett übernachten Stand, wo du gemütlich liegen kannst. Das ist alles neu gebaut hier. Ja. Also, den Stand an sich herzustellen, war hier recht einfach, ne? Ja, korrekt. Bagger. Schneise. Und gut. Das ist ganz nett gemacht, tatsächlich. Ich war hier gestern auch schon zum Schießen. Ging ganz gut. Man hat auf 600 Meter offensichtlich schon zwei Klicks nach links wegen dem Spin-Drift. Und auf den Wind muss man ein bisschen achten. Ich habe mich gestern mit einem Local, der hier oft schießt, unterhalten. Der sagt, die Schneise ist zwar ziemlich windgeschützt, aber auf 300 und kurz vorm Ziel auf 600 ist keine Schneise. Und da bläst manchmal der Wind vorbei. Da wo du reinläufst quasi. Korrekt. Da denkst du gar nicht dran. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt eine Wetterfahne, die ist da. Also, man muss sich immer umdrehen, um zu gucken, wie der Wind hier ist. Allerdings haben wir auch eine Wetterfahne auf 300. Und wenn man ganz genau guckt, ist auf 600 auch eine. Aber die wird schon schwierig zu gucken. Aber das geht. Also, ich habe gestern etwa drei Milz links angehalten und bin ziemlich gut ins Zentrum gekommen. Wenn wir hier jetzt weitermachen, kommen wir zu spät. So ist es. Musik ist auch da. Zur Untermalung. Das hier ist der Bereich Reisgelände. Hier ist der Zugang zu den 300-600 Meter Zielen. Hier wird der Matzelmann später helfen, mit Scheiben aufzuhängen. Er ist noch jung, der kann das. Der wurde dafür engagiert. Mal gucken, was passiert. Dein Ziel ist welcher Platz auf dem Podest? Ich bin immer oben, deswegen. Da werden heute Abend tausende von Leuten und Fans erwartet. Das wird ja auch live im polnischen Fernsehen übertragen. Auf Eurosat oder so. Sport1.pl oder so. Da war gestern noch Volleyball. War auch hübsch anzusehen. Jetzt kommt der richtige Sport. Wir suchen uns jetzt noch ein, zwei, drei Leute, die wir permanent nerven können und dann einfach besappeln können und zwischendrin immer wieder fragen, wie läuft es, wie funktioniert es und wie ist es. Guten Tag. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer gut. Welche Wahrheit? Die, die, die einem gefällt. Ne, sag die Wahrheit. Wir haben gesagt, beim ersten Video, was wir von euch gesehen haben, was sind denn das für Leute? Ja, das ist auch so. Wir haben auch ein paar Camper dabei. Ihr habt euch hier häuslich eingerichtet, weil ihr nicht so weicheinmäßig wie wir unterwegs seid im Hotel und so. Ihr habt euch hier richtig schön eingerichtet. Das wird spannend. Dann zwölf Uhr werden wir beobachten, den Herrn Baumann. So, du bist jetzt zuständig für die Wurst? Ja. Ihnen offiziell selbst auserkoren, ne? Mehr oder weniger. Du machst dir mehr Arbeit, als du eigentlich müsstest. Hm. Aber du machst es gern. Ich mach es sowieso für mich und dann mache ich halt eine Wurst mehr für die anderen auch. Das ist anständig. Hi. Moin. So, erstes freies Training ist rum. Also, wer erstes organisiertes Training? Er ist korrekt. Er ist korrekt. Er ist korrektes Training. Training ist nur Scheibe hin. Drauf halten. Gucken, wie es läuft. Du bist gleich dran. Komme gleich dran. Aber du machst das doch mit Sicherheit. Viel besser, oder? Das hätte jetzt durchaus schlimmer laufen können, wenn ich mir die Kollegen neben mir angeguckt habe. War ein 25 Schuss. Hätte dramatischer sein können. In der Tat. Nicht schlecht. Muss man... Nein. Das ist nicht schlecht. Hast du Wind irgendwas gemacht? Oder hast du... Ich habe, als das Fähnchen kam und ein bisschen hochgeblättert, habe ich ein bisschen mehr... Einfach... Ich habe auch nicht mehr verklickt. Ich habe einfach nur im Haltepunkt gearbeitet. Und der Wind macht da hin und bin ein bisschen nach hier. Und dann bin ich wohl nicht wieder zurück, als der Wind weg war. Und dann passiert da sowas tatsächlich. Das ist schon toll. Aber... Das hätte schlimmer laufen können. Ja, wir haben manchmal... Ich habe jetzt gerade den Wind gemessen. Wir haben ein bisschen bewegt ab und zu. Aber das sind nicht mehr als ein bis zwei Meter pro Sekunde Wind. Nicht top, aber okay. Ja. Das ist ungefähr ein Mill links oder rechts. Ja. So wie jetzt hast du gemerkt. Wenn jetzt so ein bisschen so der Stoßwind kommt, das dürfen so zwei bis drei Meter des Gründe sein. Wenn du nicht lauter sprich brauchen wir doch noch die Mikrofone. Ja. Entschuldigung. Ich hoffe ihr versteht mich. Oder wir müssen die Mikrofone... Das ist so scheiße heiß hier schon wieder. Tatsächlich, ja. Deswegen haben wir so wenig wie möglich ausgepackt. Du bist jetzt gleich dran. Ich komme jetzt gleich dran. Ich muss noch ein bisschen vorbereiten. Jetzt habe ich die Vorlage. Kommando ist auch polnisch alles. Aber man kommt gut mit tatsächlich. Weil man macht einfach das, was der Nachbar macht. Korrekt. Ja. Und dann machen wir einen Abackel. Es spielt. Aber dann bist du wieder locker hinweg drüber. Du bist der Padermeister. Wieso? Das weißt du doch. Das weiß doch keiner außer uns. Ja gut. Dann beiden wir es jetzt auch für uns. Ja. Das geht ja keinem was an mit dem Padermeister. Genau. Und bei euch jetzt entspannt an das ganze Rand. Alles bestens. Alles bestens. Alles bestens. Ihr seid wann dran? In Korrekt. Ich zumindest. Erstmal hier. Ich laf 8 Uhr dran. Deswegen die Kippe danach. Ja. Genau. Wir Thüringer, die haben 75 Euro Startgeld bezahlt. Und dafür haben die uns erst ab Mittag eingetragen. Dass wir morgens ausgeschlafen sind und dann anständig hierher kommen. Die haben nicht nur gute Röstchen, die sind auch noch clever. Aber da muss man nicht nach Polen fahren. Und nach Japan. Und die Leute auch noch greifen müssen. Wahnsinn. Aus der Regen. Kleine Welt. Ich bin geimpft, du bist geheilt. So könnte man das ausprobieren. Ja, ich bin zweifach geimpft. Zwei-fach doppelt geimpft. Also ein Anti-Körper-Monster. Ja. Ja, aber hier wird man nur abgehärtet. Ja. Das war gestern im Supermarkt mit Maske. Wir haben alle ausgelacht. Ja. Ja. Der hat halt gesagt, dass er mit Maske auf hatte. Voll befremdlich vorgekommen, weil er mit Maske durch die Gegend gelaufen ist. Ihr seid wann dran? Ich bin eigentlich ungefähr 45 dran. Aber der Oliver hat gesagt, der soll mal vorkommen, weil es werden doch viele Stände frei. Ja. Damit man hier mal dann schon... Guck, wo's hingeht. Guck, wo's hingeht. Warte mal. Guck, wo's hingeht. Dann könnte ich nicht trainieren. Nach vorne ist wichtig. Nach vorne und möglichst ins Weiße. Ja. Das ist der Wunsch. Das Weiße in der Mitte oder das Weiße außen? In der Mitte. Ich bin der Einzige, der sich nicht so ein tolles Kolo gegönnt hat. Ja. Weil da hat nämlich der... Der hat da gegenübersteht. Der hat mir nämlich kein Polo besorgt. Ja. Der hat nämlich gedacht, der Kerl kriegt kein Polo. Ja. Ich find's ganz gut, weil man die zumindestens dann die Namen jetzt mal... Das ist einfach schon... Im Gesicht dann zuordnet. Ja, auch kein eins. Aber... Kühlt sich ja nur um die Wurst. Live. Was? Live. Live. Ja. Ja, live. Wie war die Wurst? Sehr gut. Mir ist gestern was Tolles aufgefallen. Erzähl. Ich hab gedacht, hier ist ganz schön heiß hier und so weiter. Ja. Und deine Antwort war ja, Poltische Wurst ist lecker. Ja. Und Wasser. Ja. Das ist so, wie wenn du eine Frage stellst und sagst, was willst du heute Abend essen? Pizza oder Bolognese? Und dann sagst du als Antwort, ähm, Kerst. Du bist heute bei uns dabei. Ja, ja. Wir haben Essen. Ja. Aber... Es gibt offensichtlich noch eins, zwei. Die noch schlechter sind als ich. Oh, heute Training... Ach, du meinst, die wiegen mich alle nur ein bisschen anerkommen? Wir haben heute, das ist heute bis 20 Uhr. Ja. Hast du mir eine Wurst aufgeholt? Ja. Weil Wurst ist wichtig. Kriegst du. Wenn du Glück hast. 18 Uhr. 18 Uhr am Essen. 18 Uhr. 18 Uhr. Dann muss ich da jetzt ganz schnell vor. Ja, langsam machen. Es wird das geben. Da muss ich Prioritäten setzen. Ja. Wo strahlen wir das live hin? Ja. 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 Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, ein bisschen. Der neue Plan von Matzelmann ist Platz 1. Weil er gesagt hat, er krabbelt ja sowieso immer mal oben überall drauf rum. Gehen wir mal zur Anmeldung. Hier klappert es überall. Vielleicht hier kurz zur Info. Alles hier aufgehangen. Wie wo was geht. Momentan sind wir in der Trainingseinheit. Da schießen alle auf diese Scheiben. Noch Zeitplanvorgabe. Matchbeschreibung. Wenn man es mal gefunden hat, ist alles da. Das ist die 300 Meter Scheibe. BDS Z9 Trainer heißt sie, glaube ich. Der Spiegel an sich hat 17 Zentimeter. Und das ist dann die 600 Meter Scheibe. Kennt ihr den? Der rennt jetzt weg. Erst kommt er drei Tage zu spät und dann rennt er weg. Hast du dein Gewehr mit oder hast du es vergessen? Gewehr? Da war was. Scheiße. Das war doch heute Flitzebogen. Das hast du doch in Filmsburg in die Ecke gestellt mit dem Schild. Olli bitte stehen lassen, oder? Ja, das war doch mit dem Buga-Schild. Ja, wo du gesagt hast, fasst ja eh keine Hand. Deswegen kann man das da stehen lassen. Das steht immer noch so. Wir haben heute Annalena Gedächtnispokal schießen. Wattestäbchen Waldwurf. Es sind nur pinkfarbene und rosafarbene zugelassen. Unpassioniert der Umwelt zu geben. Klar. Warum auch anders? Ja. Das muss ja, man muss ja schon so ein Statement setzen. Wobei man sagen muss, wenn du hier durch die Gegend fährst, das ist alles sauber und ordentlich hier. Faszinierend. Und ist dir aufgefallen, dass das so ist wie früher bei uns mit diesen vielen kleinen schönen Cremer-Lädchen, die ich bei uns vermisse? Ja, tatsächlich. So einen kleinen Elektro-Laden, also keinen riesen Mediamarkt, sehr tot in Werbung. Du hast deinen kleinen Cremer, du hast deinen Elektroinstallateur, du hast dein kleines Blumengeschäft, du hast diese vielen kleinen Schneidereien und so weiter. Und landschaftlich? Ich glaube der Olli zieht um demnächst. Ja, landschaftlich ist toll hier. Wetter hast du auch Tolles mitgebracht. Wetter? Wetter auch. Wetter hast du auch Tolles mitgemacht. Ja, ich bin auch da. Der Matzenmann hat gemeint, meine erste Scheibe war gar nicht so schlecht. Jetzt weiß ich nicht, ob er mich wieder in Sicherheit wiegen will oder ob er... Wo ist denn deine? Ach du hast ja deine gerade geholt. Einfach mal Scheibetraining Matzenmann. Ist das Matzenmann? Ja, meine liegt schon im Auto. Danke. Da hat er aber gar nicht so viel besser als... Wieso sind da 27 Treffer drauf? Die Qualifikation für alle Wettkämpfer. Achso, ich dachte 23 zu viel. Aber man sieht die Gruppen vom Matzenmann sind schon enger. Aber das ist jetzt natürlich nichts. Wenn der Olli jetzt dann anfängt zu schießen, der jetzt abhaut, weil er irgendwo geparkt hat... So, mal erzähl, was zählst du davon? Ich glaube, ich werde korrigieren. Oder? Ich flicke nach oben und ich flicke nach rechts. Aber du hattest doch gerade runtergedreht. Oder der Wind vielleicht. Ich bin nur gespannt, wie der das mit dem Zähl... Achso, wir machen nur 5 Schuss, ne? Ich habe nämlich 25 Schuss abgegeben, er hat nur 23 gezählt. Das heißt, entweder habe ich völlig daneben geschossen oder zwei durch ein Loch. Da sind zum Beispiel zwei Dritten. Dreh es rum, siehst du sofort. Das sind die Pros. Dann sage mal, dreh um. Dann siehst du genau... Der Olli sieht sofort, wir brauchen da halt noch nicht. Du siehst einen Kreis auf der anderen Seite. Du hast recht. Jetzt kann man es nochmal nachzählen. Ja, jetzt auf der Probe schießen wir ja auf einer Scheibe. Da ist eine Latte wie Rose. Du hast jetzt einen Streukreis. Ja, also wenn du jetzt einen Streukreis hier machst, dann bist du unter 9 cm. Nimmst du dir eigentlich die Hauptgruppe, bist du bei gut 7 cm. Und das reicht hinterher für die 9. Also Matzelmanns neuer Anspruch ist, wenn du ausfällst, dass er auf Platz 1 krabbelt. Auf diesem Podest steht nicht Matzelmanns. Ich kann da keinen Namen lesen. Vielleicht regt er den an, dass der andere runterfällt. Ich hätte jetzt eigentlich einen 10.15 Uhr schießen sollen, bin dann dann in die Kamera gelaufen, dumm gelaufen. Ich schieße einfach nachher. Guck mal auf die Gestik vom Matzelmann. Der ist wirklich enttäuscht, glaube ich. Siehst du die Zahnsäder-Arbeit? Das funktioniert noch nicht voll digital bei Ihnen. Das ist doch analog. Ich glaube, der soll uns kontrollieren, dass wir kein Mist machen, glaube ich. Und dann da? Ich glaube tatsächlich hier Kontrollfunktion und überwacht uns. Ja, vielleicht weißt du, was ich ja noch habe, was ich ja noch eigentlich nicht. Das Beste ist ja, wenn dir jemand auf die Frage, es ist ganz schön warm hier, antwortet, ja, die Wurst schmeckt gut. Ja, schmeckt, oder? Hast du ein bisschen trainiert? Hast du ein bisschen geübt? Ja, am Dienstag habe ich trainiert. Alles recht entspannt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Der Olli zieht die Wester an. Dann werdet ihr merken, das ist so wie Dr. Jekyll. Dr. Jekyll, Mr. Hard. Genau. Ich muss mich ja gleich noch ein bisschen um das, um das offizielle und das rechte zu machen. Kannst du mit dem Cape auch fliegen? Marcel, oder wie heißt der? Ja, guck dir an. Das wird spannend später, wenn es dann tatsächlich morgen auf Geschwindigkeit geht. Aber ist nicht schlecht. Ich trainiere nicht. Ja, ist nicht schlecht. Nächstes Jahr wird es besser. Hey! Bruder da! Verdien! Die Eins ist besetzt! Bitte auf die Drei runter! Jetzt haben wir ja so ein paar Leute, die auch so ein bisschen Verständnis haben für Skisport und Spaß. Das muss ich ja nicht ausschließen. Weißt du, viele meinen ja, du musst immer todernst sein und so weiter. Haben wir jetzt schon festgestellt, dass wir das beide nicht hinkriegen. Und das ist ganz toll hier eigentlich, dass die Leute dann doch recht locker sind. Ja, das werden morgen gehen. Da kommen noch Bürgermeister und andere. Ja, ja. Trägst du eine Krawatte, wenn der Bürgermeister kommt? Morgen auf eine Haare. Ja? Was hast du? Das ist also für uns alle. Ja. Die Hockenheimer helfen beim Scheibenaufhängen, Abhängen, ne? Ganz genau, ganz genau. Wir sind auch hier und helfen natürlich fleißig mit. Scheibenaufhängen, Scheibenabhängen, dass der Trainingsverlauf hier geregelt wird. Verbrennst du nicht bei dem Wetter mit Weste und allem drum und dran? Das geht eigentlich. Bisher noch nicht. Aber ich habe noch ein T-Shirt unten drunter. Ich werde es dann später sehen. Hüpft ihr jetzt da immer zwischen rein, wenn gerade keiner schießt? Genau. Wir gehen immer rein. Also zwischen drin ist das Signal. Vorne ist ein Walkie Talkie. Dann gibt es hinten das Go. Dann gehen wir schnell rein, hängen die Scheiben ab. Die werden dann hier hinten, werden die dann ausgewertet. Da kann dann jeder seine Scheiben abholen. Die werden entsprechend mit Nummern markiert. Und hier hängen in der Zwischenzeit dann die neuen Scheiben direkt auf. So geht das ruckzuck. Muss man nur aufpassen, wenn der Olli vorne liegt, weil der hat ja immer so ein Problem mit Regeln, ne? Ganz genau, ganz genau. Da wird das Ganze dann gesondert nochmal zusätzlich durch zwei Mann abgesichert. Das macht Spaß mit den polnischen Kollegen zusammen, ne? Auf jeden Fall, ja. Es ist hier mit den örtlichen Vereinen zusammen, ja. Sowohl eben geliebte Völkerverständigung, die wir hier haben. Das ist so ein Mix aus Englisch, Polnisch, Deutsch, ne? Irgendwie kommt man auch voran, ne? Ganz genau, ganz genau. Und zum Zweifel geht es auch mit Händen und Füßen, ne? Und klar, das funktioniert. Ich bin heute um 13 Uhr dran mit den 300 Meter und heute Abend dann um 19 Uhr mit den 600 Meter. Schon mal 600 geschossen? Bisher noch nicht, ne? Die Premiere, ich bin mal gespannt. Macht doch nichts draus, geht mir genauso. Waffe neu und schauen wir mal, was die selbstgebaute Munition da so liefert. Zielfernrohr hast du drauf? Zielfernrohr ist drauf, ansonsten eben Kimme und Korn. Was hast du für ein Setup? Ich habe ein 6-24, 50er Glas drauf und habe eine Heerate 15 mit einem 42 Zentimeter Lauf. Also wird sportlich auf die 6. Da kann ja gar nichts, okay, 42 Zentimeter ist tatsächlich sportliche Idee. Da kommt wieder das Dabeisein ist alles, ne? Eben, ganz genau, ganz genau. Also da kann man sich dann nur zitieren, eben der olympische Gedanke zählt diesmal. Ist ja aber auch die Premiere und geht ja auch ein bisschen darum, mal die Abläufe kennenzulernen, ein bisschen Spaß zu haben und vor allen Dingen dann beim nächsten Mal zu wissen, woran hat es gelegen, ne? Ja. 42 Zentimeter Lauf, trafst du dich an dieser Knochen? Ja, extra 69 Kräne geschockt von Lapua dazu und dann mal schauen, wie es funktioniert. Das ist 100 Meter ergeblich, weil es nicht so prickelnd, aber zumindest habe ich damit nicht ganz so die Windanfälligkeit funktioniert und der Miller Stability Faktor zumindest theoretisch sollte auch passen. Also Ziel ist zumindest mal 20 Treffer irgendwo, sagen wir mal, im Wertungsbereich zu haben ansonsten. Das wäre schon mal auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, ja. Das ist der Alex, der gerade verzweifelt irgendwie geguckt hat, oder? Verzweifelt ist täuscht. Ne, wir spielen auf Sieg, Jan, oder? Ja, immer. Ich sehe es dieses Mal aber auch realistisch, dass da wahrscheinlich die Eins, ja doch, die Eins ist drin. Und wenn du spielst, willst du noch gewinnen? Logo, Logo. Ist immer gut gefrühstückt heute morgen, oder? Ja, Kaffee und Laft. Ja, muss weißen, oder? So, der Alex wird vielleicht jetzt tatsächlich irgendwann mal wieder öfters auftauchen in dem Ding, weil der hat vorhin beschlossen, dass ich ihn dann auch mal mit dem Matzelmann und mir zusammen entfragen muss. Auf jeden Fall, hier hat nichts. Das sind dann zwei Franken und ein Badener, Badenser, ich weiß gar nicht. Ein Holsteiner, genau. Ich bin reingeplackt. Das kriegen wir auch noch hin, das kriegen wir auch noch hin. Gucken wir mal, wie es geboren ist, oder? Hast du schon geschossen? Ja, gerade jetzt. Ach, du lachst jetzt zu deiner Scheibe? Guck jetzt mal zu meiner Scheibe. Ich lach's mal zurück, bringst du deine Scheibe mit? Na komm, 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 komm. Was ist denn der Benchmark, Jan? Der Benchmark ist, den Matzelmann zu schlagen. Der hat allen Druck auf Matzelmann, damit ich... Ich hab schon genug Druck. Scheiß Training. Bist du zufrieden? Ja, passt doch, oder? Ja, ihr wollt sie uns nicht zeigen, damit bei uns keiner Schussstation auftritt. Das passt schon. Aber ich glaub, morgen mit Zeitdruck ist das nochmal eine ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Das ist halt ne Ticker, ne? Das ist halt ne Ticker, ne? Da kann nur unsere billigen E-Haus kommen da halt nicht mit. Ich hab mir ein neues Ziel gesetzt. Und das Ziel heißt, ich knack den Matzelmann, dass der irgendwann mal lacht. Also so von Herzen. Das krieg ich vielleicht noch irgendwie hin. Weil er ist ja jetzt nicht gerade das gute Laune-Monster. Muss er aber auch gar nicht sein. Glaub ich... Hörst du zu? Ja. Das hab ich nicht so gemeint. Knacken wir schon noch. Ich glaube ja selber, dass er wahrscheinlich immer aus sich raus will, sondern nicht einfach aus sich raus kann. Das ist es. Der ist innerlich. Der ist innerlich. Wahrscheinlich tobt er. Wahrscheinlich. Oder er ist einfach so in seiner Konzentrationsphase die nächsten drei Tage. Wie lief's? Erstes Training? Erzähl. Werden wir sehen. Achso, du musst ja jetzt noch vorfahren. Und dann werden wir mal schauen, wie es lief. Hast du nach der Vorschrift alle Scheiben von links nach rechts beschossen? Es hängen ja normale Scheiben da. Ja mein ja, aber von links nach rechts. Von eins bis zwei. Aber gerade auch. Nee, das hab ich mich zurückgehalten diesmal. Diesmal. Das hab ich nur noch so bei uns im freien Training. Beim Wettbewerb dann, ne? Nachdem du jetzt stundenlang unterwegs warst, warst du ein bisschen täuscht? Oder wie ist es gelaufen? Na ja, es ist ein Seitenwind. Ah, also. Ich hab vier Punkte mehr als ich das Gefühl. Also, jetzt solltest du dich nicht beschweren, oder? 25 Schuss. Ja, die hab ich auch. Aber meine hat er nur 23 bezählt. Das liegt definitiv am Zweibein. Jetzt kann ich das als Ausrede vorschieben. Das Zweibein, was hier steht. Aber die Gruppe ist gut. Zufrieden? Ganz ehrlich. Mit der Gruppe. Geht besser. Aber ja, für mich ist das erstmal gut. Wir suchen noch eine nächtliche Begleitung für heute Abend. Das muss man hübschen. Kevin ist auf der Suche. Man kann nicht die ganze Zeit nur schießen. Also, es wird auch hier ordentlich gegrillt. Das erste Sonnenopfer haben wir auch schon. Also, wenn ihr geglaubt habt, dass das hier der Kern übertrieben hat. Hier grillen alle. Hier werden auch Menschen gegrillt. Gewinnen? Ich glaube nicht. Aber wir haben Spaß zum Schießen. Das dürfen wir also Spaß haben. Kann ich nur sagen. Ja, natürlich. Das muss man sogar. Heute wird gegrillt. Momentan gab es auch ordentlich was zu essen. Eine recht gemütliche Runde hier. Spaß muss immer sein. Ohne Spaß ist es nicht möglich. Genau. Läuft also weitgehend alles. Richtig. Les mal den letzten. Ich wünsche euch gute Schießen auf 600 Meter jetzt. Ich lese gerade noch mal. Gute Training. So soll alles funktionieren. Aber nur schlechter als du. Ja, aber schlechter als du. Oder das ist das, was du schießt? Ich schieße nicht gut. Wenn du uns viel Erfolg wünschst, dann wird dein Karma super. Ich irgendwo treffe auf der großen Scheibe, aber meistens auf der Seite. Ich schieße auf deine mit. Nee, das war's. Gib doch mal dem Kann. Weil der Kann muss sich ja gegen den Matzelmann behaupten, der alle deine Videos schon gesehen hat und deswegen einen Vorsprung hat. Und jetzt gib mir doch mal einen Tipp, wie ich... Ganz einfach. Das ist ja Speed Schießen. Nur den einen, genau. Das ist ja Speed Schießen. Eil dich einfach. Und ich sage ja immer, du musst jeden Schuss aufschreiben. Also beim Speed Schießen musst du schnell schießen aufschreiben. Schnell schießen aufschreiben. Schnell schießen aufschreiben. Das ist doch sinnvoll. Soll ich dabei das Gewehr noch kurz mal umdrehen, wenn ich aufschreibe? Reinigen. Reinigen. Zwischen. Wenn die Profi sprechen, dann... Also ich halte fest 600 Meter, schreiben, umdrehen, reinigen, wieder schießen. Ja. Dann wird das was. Das ist eine Garantie. Gerade aber noch gut gegessen. Schöne, polnische Hausmannskost. Und das Ganze noch für einen guten Zweck. Eine super Sache. Essen für einen guten Zweck, das ist doch geil, oder? Richtig. Das ist doch geil. Besser geht's gar nicht. Ja, genau. Da kann man auch den zweiten Nachschlag dann auch noch mal gut verargumentieren. Wenn die Lauferei nicht wäre, ne? Das ist tatsächlich der Wahnsinn. Da haben wir vorhin auch gedacht, tatsächlich... Ich hab nichts zum Putzen dabei. Ich hab nichts zum Putzen dabei. Ja, genau. Da hat man dann keine Probleme mit der Schuhreinigung. Da hat man keine Probleme mit der Schuhreinigung. Man muss einfach nur wieder Profi ran. Ohne Dreck rein, hinten Dreck raus. Ja, genau. Jetzt sind wir auf den 600 Metern angekommen. Wann dürfen wir? Ja, wenn's soweit ist, ne? Ah. Wenn die Trillerpfeife trillert. Mit ihnen Geduld üben, ne? Ja. Boah. Guck mal, die Gruppe war gar nicht so schlecht geworden. Die Gruppe geht ja, aber es hilft dir halt nix, weil du schießt halt völlig daneben. Das war jetzt sehr, sehr unfreundlich, aber ich probier's nochmal. Die Gruppe ist eigentlich ganz blut geworden. Die Gruppe ist wirklich blut geworden. Dann wären die alle ziemlich so zwischen 10 und 7. Das ist nämlich so, wenn die Kugel fliegt und sich bewegt, dank dem Trall, sonst würde sie irgendwo hinfliegen, dann schiebt die sich selbst durch den sogenannten Spin-Triff aus der Bahn. Ja, das ist Physik. Da war ich noch nie gut. Da muss man drauf achten, wenn man Long Range schießen möchte. Beim nächsten Mal dann definitiv. Die Gruppen sind gut. Die Gruppe war okay, ne? Das erste Mal hat die auf 600, ne? Ja, macht ja auch... Der Klick macht ja auch... Ein Klick sechs Zentimeter auf 600. Echt? Also zwei Klicks nach links. Die sind 12 Zentimeter. Und dann fege ich dich weg morgen. Das klappt. Ich überlege nämlich auch noch einen Klick weniger zu nehmen. Dann sind nämlich die noch weiter im Zentrum. Ich glaube ich werde morgen nur einen Klick nach links bringen. Und das ausprobieren. Ich habe mich nämlich auf den Local verlassen, der hier öfter schießt. Der hat gesagt zwei Klicks. Der Drehlog sagt einen Klick. Der sitzt gemütlich auf dem Gaming-Platz und dann kommt der Sheriff. Die zwei Sheriffs. Dann kommen die zwei Sheriffs. Mit freundlichen Anekdoten. Das heißt, wir haben ja jetzt schon festgestellt, das ist das polnische Zeichen für Guten Tag. Und dazu muss man dann noch freundlich betont Kurwa sagen. Das heißt so viel wie Guten Tag, wie geht's dir, ne? Ungefähr. Also hier residiert also die Elite, ne? Natürlich. Wir sind da in der Stadt eingegliedert worden. Und hier... Was hältst du davon? Sogar Kamera überwachen. Was? Sogar Kamera überwachen. Wie dir. Ja. Ich würde trotzdem lieber quenten. Man muss auch mal relaxen können, ne? Wie lief denn bei dir? Jeder Tag ist neu. Wenn ich auf einen Matzelmann gehört hätte, wäre es besser gelaufen. Tatsächlich. Aber nachdem ich die Links-Leaks nicht gemacht habe auf 600 Meter, war die Gruppe ganz okay. Aber halt zu weit drüben. Rechts unten? Rechts oben. Rechts oben? Ja. Wir haben alle rechts unten geschossen. Nicht alle. Rechts oben. Hallo. Hallo. Der beste Mann, der bringt das Bier. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Merk dir mal 111 den Raum. Das ist überhaupt kein Problem.